Auf dem Gipfel des Paschenberges auf 92,8 Metern Höhe, 1824 erbaut und mit 60.000 Besuchern im Jahr liegt das Panorama-Restaurant Karlsburg im brandenburgischen Falkenberg. Nur 45 Kilometer von Berlin entfernt und seit 1991 in dritter Generation im Familienbetrieb gibt es hier alles, was man für einen guten Ausflug braucht. Die wunderbarsten kühlen und warmen Getränke, verschiedene regionale Biere und die besten nationalen und internationalen Weine. Klassisch-regionale, frische und gutbürgerliche Hausmannskost, sessional wechselnd mit den besten Zutaten, die Brandenburg zu bieten hat. Serviert durch ein erfahrenes und freundliches Personal, welches in drei Generationen durch die Familie Steinert geleitet wird und bei dem der Gast an oberster Stelle steht. Dabei kommen auch Naschkatzen nicht zu kurz. So werden täglich mehrere frischgebackene Kuchen nach den originalen Rezepten der Oma des Hauses angeboten, die zusätzlich seit 2008 durch die in eigener Manufaktur hergestellte Karlsburger Eiscreme ergänzt werden. Dabei hat die Karlsburg nicht nur kulinarisch etwas zu bieten. Auch kulturell kommt man hier auf seine Kosten. So finden mehrmals monatliche Kulturabende von Kabarett über Livemusik bis hin zu Lesungen oder klassischer Musik statt. Eine weitere Besonderheit der Karlsburg ist die Möglichkeit des Erwerbs einer großen Auswahl überwiegend selbst importierten Dekorationsartikeln, Geschenken, Wohnaccessoires, Keramik und Holzschnitzereien, die vor allem die Herzen der Damenwelt höher schlagen lassen. Regional lecker und größtenteils aus der eigenen Manufaktur, der Karlsburger Hofladen. Hier können sich alle die, die sich ein kleines bisschen Karlsburger Gaumenfreude mit nach Hause nehmen wollen, für die Heimfahrt mit köstlichen Leckereien eindecken. Die Karlsburg ist des Weiteren ein sehr beliebtes Ausflugsziel, unter anderem für Familien, Senioren, Biker und Wandergruppen, da sie inmitten einer Landschaft liegt, die durch ihre vielen langgezogenen Alleen, Wälder und einen natürlichen Brandenburger Charme in ihrer Schönheit besticht. Und zu guter Letzt einen majestätischen Bilderbuchausblick, der über das gesamte Oderbruch bis zum anliegenden Nachbarland Polen reicht. Das ist die Karlsburg. Das sind wir. Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Ihre Familie Steinert und das gesamte Team. Videokon� Videokon� Untertitelung des ZDF, 2020